und einen wunderschönen guten und dann, wir wollen weiter zu verraten da, da, da ich meine nicht, dass wir die zweite Runde aushält wir werden schon von dem auf den Tisch machen äh buried zweimal objekt du holst dann mega cool mehle, mega Alexia alle komm Alexia, komm da, wir haben schon Cloud unter der Runde unter der Runde Mimik Mimik und dann, erst das Spiel eigentlich fertig tschüss tschüss ok cool on, genießt dann vom Sephiroth schon fand ich dir Spass genau, das bisherige Sephiroth da ist schon das werde ich mal sagen, gute Hausnummer aber nicht einen von den Schwierigsten und Schwierigsten aus dem vollkanzi Universum, aber schon nicht schlecht Genova war auch gut mit mir, du so der Problem war es du kriegst einfach soviel Schuhe da ran wie du siehst, das nützt gerade so viel wie bei den anderen wie drinnen nerwe allein schon durch die Mimik du kriegst einfach soviel Schuhe da ran und du klaut und schritt ja der Runde und der Mord heilung kann gut machen du wängst ähm schmängern schmängern Klaus kann doch nicht sterben hoffen hoffen ich bin echt schmängern im Leben wätsch schmängern Schit happens ich wollte das Ferdisch drehen und ich werde das nicht mehr schmängern und die 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 sind die 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 sind die die sind die sind die roz die 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 sind gesch reactive outputs und auch und hoffen Da fällt mir an, da fällt mir an! Wir gehen nach dem weiteren Ähm, klingt geheimnisvoll, dann wir denken Werkt Schokobo? Oder schwarzer Schokobo? Oder whatever! Wir denken Schokobo kann hinreiten für eine spezielle Waffe zu kriegen und eine spezielle Aufrufsubstanz Bedingst Wann ich wirklich drinnen denke Mensch, ich meine, was ist denn noch alles zu machen? Er darf es kein 100% geben Das ist nicht dran Bis jetzt wird Leidt eben noch ein 10% geben zu können nach, ne? Ich könnte es nicht mit ihm zu bringen Aber, was ist noch alles zu machen? Das wäre Gott Da 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 Ja Hallo, könnt ihr selbst mal haben? Red Rating! Wie gesund! Das ist lame! Was ist denn? Anschlüsse können wir von den MP-Punkten verloren Mimik aus einem von den stärksten Substanz am ganzen Spiel Wenn du Mimik aus Ritter der Runde hörst Du brauchst Du brauchst 3 Mimik Enger Ritter der Runde Rangt Ritter der Runde Aber ich werde mit dem doppel Aufruf Und mit dem Kombi Befehl heilen Ke Problem Dann Dann kannst du alles Kille, was du hast Der Tisch ist altes, enge Menschen Ritter der Runde Zumal Aufruf mit Dingen Dann 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 hast du ganz einfach kein Problem da Das ist halt easy going Der Shooter schiesst eng Mimik runter Ich habe gesehen Da habe ich doch automatisch lieber rum Und Es gibt auch Ehm 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 Kontra Kontrabefehl Wenn ich kontra Und wenn ich das mit Ehm Mimik koppelt Boah Ich kann die nächste Ich bin nur noch ein Ganz klar Das ist halt Ich will das D Ich will Sie Das Was Nein Aber Finde Was für ein Schlechtseffekt ist. Es piekt! Ja, ich denke, wenn der doch mal Speedschuhe auslässt, dann muss er noch nicht schnell nehmen. Das ist einfach so, wie die Kulatur ist. Wenn ihr noch 13 haben könnt, dann noch eine Mimik. Wie gesagt, die dritte Runde kannst du noch nicht beschwören. Du darfst alle Schüsse nach überwiegen und schluss machen, sonst... sonst geht das nicht mehr. Wie gesagt, du hast den fünften Ritter. Ganz einfach, weil... und mal kurz gucken. Du darfst. Du darfst. Du darfst. Danke, du hast den Rest. Sonst war es wirklich entstanden, dass du das so microbiome hast. Ich habe das nicht so erinnern, dass du so schnell gegangen hast. Komm die Frage, ist der CBD? Wir haben das so schon mal gesehen. Ich habe das niemals in Ordnung, dass du so schnell ging. ... Ich gebe so gerne den Omni-Slash und klaue das jetzt zu sparen. Es kommt einfach so lange, aber es kommt einfach so lange. Auch beim Cheaten heute. Wenn die Trigon im Ganzen... Er kann den Tatsache einfach auf den Attacken durchzuführen. Und so viel Damage wie er in der dritte Runde möchte, auch auf den Bote rein. Wenn ich kenne, bei der Portion zu den richtigen Dingen möchte ich relativ Low Damage. Dann sage ich mal, dass sie komplett ausgemastert werden. Wenn sie komplett ausgemastert werden. Wie der Meinung, dass ich noch nicht erwähnt werde, bis ich einmal mit Mimik durchla... Mimik durchla... Mimik durchla... ...dann machen wir ab. Ja, aber sowas bist mit Zäh... Du kannst doch die Spanien und Längchen schreiten, wenn wir da so gut sind. Du soll doch sehen. Äh, ähm... Wie kann den? Na, Mann? Ja, war cool, wenn es aber los und ich stirbe. So, finde ich, dass... Das wär nice. Warte mal nicht. Warte mal nicht. Okay. Und... Schauen wir mal, ob das dann die letzten... Das ist auch gut. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Dann fühl mich schon Sikowski an. Und... ... ... ...